Wir kommen über jeden einzelnen Freund, der sich mit einbringen und dann halt Verbottenheit zu seiner Gemeinde zeigt und auch alle Gäste außerhalb von der Gemeinde. Das ist so schön! Lauter Klang und frohe Kindersang an diesem schönen Tag. Ja, wer ist denn da? Jetzt wollen wir natürlich auch schauen, dass die auch ihr Bestes geben. Die Damen parken in der Küche. Und die Martina Baumann war mittleren Platz, 177 und einen hervorragenden Platz, die Sophie. Ein vierter Platz, ein hervorragender Vorderplatz, die Sophie.